Hallo zusammen, ich begrüsse euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute geht es für uns leider nicht an die CC Bar, die ist abgeliebt worden, sondern an die CS Lopen. Dort starte ich eine Prüfung BR90 und eine BR95. Es ist für uns seit langem das erste Mal, dass wir wieder sehr viel hoch gehen und vor allem noch auf Gras. Also werden wir einfach so zwei Trainingsrunden drehen und hoffen, dass zumindest eine Uhr drinnen liegt. Ich wünsche euch jetzt viel Spass bei diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.